Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es jetzt um eine Frage an Platon und sein Konzept des Guten. Was heißt sich dem Guten anverwandeln, sich der Wahrheit und dem Guten öffnen? Die Antwort kommt in mehreren Schritten. Schritt 1. Platon wollte Philosophie für eine bessere Welt. Da müssen wir auf seine Biografie schauen. Von Platon, der die ersten drei Jahrzehnte seines Lebens nahezu nur Krieg kannte, zusätzlich den Untergang seiner Vaterstadt Athen erlebte durch Krieg und auch erlebte die Ermordung seines Lehrers Sokrates. In Athen herrschte Terror und Korruption. Von ihm dürfen wir kein Loblied auf die real existierende praktische Vernunft erwarten. Also er hat wirklich gedacht, die Menschen verhalten sich schlecht, wenn sie agieren. Hinzu kommt, Platon war schockiert vom Missbrauch der Vernunft durch die Sophisten. Das waren bezahlte Trainer für Rhetorik, die Erfolg und Wahrheit des Eigennutzes ermöglichten. Platon fragt aus dieser Situation, wie können wir unsere praktische Vernunft verbessern, ganz auf Wahrheit ausrichten und dadurch das Gute in der Welt vermehren. Philosophie hat also ein ambitioniertes Ziel. Platon fragt, wie können wir Politiker bekommen, die sich strikt am Guten und am Gemeinwohl und nicht an den eigenen Interessen orientieren. Schritt 2 der Antwort, ein idealer Staat wird durch Philosophenkönige regiert. Besonders Begabte und Tugendhafte werden ausgesucht, die kein Privateigentum haben dürfen. Sie werden jahrelang wissenschaftlich ausgebildet, Mathematik, Musik, Logik und anderes. Sie studieren 15 Jahre Philosophie und bewähren sich, ganz wichtig, weitere 15 Jahre in staatlichen Ämtern. Also Verwaltung, Führung und so weiter. Dann, Zitat, muss man diejenigen, die sich dann noch gut gehalten und überall vorzüglich gezeigt hatten, nämlich sowohl in Geschäften als auch in den Wissenschaften, endlich zum Ziel führen, das heißt zu Philosophenkönigen machen und sie nötigen, das Auge der Seele aufwärtsrichtend in das allen Lichtbringende hineinzuschauen. Und wenn sie das Gute selbst gesehen haben, dieses als Urbild gebrauchend, den Staat, ihre Mitbürger und sich selbst, ihr übriges Leben hindurch in Ordnung zu halten. Also man platt und träumt von einer Elite, die als Mensch auch Elite werden und dann in der Lage ist, das Gute zu verstehen und umzusetzen. Die Idealenpolitiker schauen das Gute selbst und haben damit einen Maßstab für eine ethisch gute Politik. Das können sie, da sie in Erziehung und Studium nicht nur Wissen erlangt haben, sondern tatsächlich auch sich als Menschen fortentwickelt haben. Menschen, die sich dem Guten öffnen können. Schritt 3 der Antwort, wie sollen wir uns die Schau des Guten vorstellen? Das Gute ist in Begriffen allein nicht zu fassen. Und hierzu gibt es die wichtige Stelle in Platons siebten Brief. Er schreibt, es lässt sich keineswegs in Worte fassen, wie andere Lerngegenstände, sondern aus häufiger gemeinsamer Bemühung um die Sache selbst, also um das Gute. Und aus dem gemeinsamen Leben entsteht eine plötzliche Erkenntnis, wie ein Feuer, das von einem übersprungenen Funken entfacht wurde, in der Seele und nähert sich dann schon aus sich heraus weiter. Also eine ganz eigene Form von plötzlichen, man könnte sagen intuitiven Wissen. Wie können wir uns die Schau des Guten vorstellen? Ich werde das Beispiel der Gerechtigkeit. Am Anfang steht die Erfahrung, wie fühlt es sich an, gerecht behandelt zu werden oder ungerecht behandelt zu werden. Und das kann ja sehr subtil geschehen, das wissen wir alle. Daraus entsteht, wenn dies möglich ist, entstehen Regeln und Gesetze für gerechtes Handeln. Doch für wirkliche Gerechtigkeit braucht es mehr als Regeln und Gesetze, nämlich eine sensible, differenzierte und reiche Gerechtigkeitspraxis, in der wir uns gegenseitig anerkennen, Wertschätzung geben, höflich sind, einen Stil pflegen. Und aus all dem Erfahrung, Regelkenntnis und auch einer Gerechtigkeitspraxis ermöglicht es dann, Gerechtigkeit nicht nur zu verstehen, sondern selbst gerecht zu leben, zu sein. Und das könnte man bezeichnen, mit sich dem Guten anzuverwandeln. Man könnte auch von persönlicher Transformation sprechen. Schritt 4 der Antwort, so werden wir also plattern zufolge gute Menschen. So gelingt das, sich der Wahrheit öffnen, sich dem Guten anverwandeln. Das ist jetzt noch einmal eine Wiederholung in einzelnen Schritten. Schritt 1, wir erfahren, wie es sich anfühlt, bedingungslos unterstützt zu werden, anerkannt, geliebt zu werden oder eben im Gegenteil ungerecht behandelt zu werden. Das kennen wir alle. Diese Erfahrung ist so differenziert und detailreich, dass es vermutlich gar nicht genügend Begriffe für alles gibt. Das zeigt schon, die Erfahrung ist immer komplexer als die Sprache. Schritt 2, wir treffen eine Lebenswahl. Platon nennt das die Orientierung an Wahrheit. Also zum Beispiel nicht eine an Eigennutz, sondern am Wohl aller orientierte Wahrheit. Das kennen wir schon von Sokrates. Dann treffen wir diese Lebenswahl auch als eine Orientierung am Guten. Und das heißt, wir wollen mehr als das Gute der instrumentellen Vernunft, sondern wir wollen das Gute selbst, man könnte sagen, das ethisch Gute. Was ist damit gemeint? In instrumentelle Vernunft weiß, wie man optimal von A nach B kommt. Beispiel aus der Bildung. Schneller von A, etwas noch nicht gelernt haben, nach B, etwas schließlich gelernt haben. Etwa durch gute Lerntechniken. Das wäre eine instrumentelle Vernunft, die uns zeigt, wie wir gut von A nach B kommen. Doch Vernunft, die das Gute selbst fokussiert, also das ethisch Gute, mehr, sie stellt die Frage nach dem Guten selbst. Sie fragt nicht gut, um von A nach B zu kommen, sondern sie fragt, welches B ist das Beste. Was ist das absolut gute B, zu dem wir wollen, das Ziel, das wirklich gut ist, Beispiel Bildung. Auf welche Bildungsziele kommt es letztlich wirklich an? Die Antwort Schritt 4 geht noch weiter, deswegen zunächst mal zur Wiederholung. Die Erfahrung ist unglaublich wichtig, ungerecht oder gerecht behandelt worden zu sein. Dann die Entscheidung, sich an der Wahrheit zu orientieren. Genauer, das ist der dritte Schritt, das Gute selbst, das ethisch Gute und nicht nur das instrumentell Gute. Und jetzt kommt noch hinzu, die Erkenntnis des Guten heißt, sich selbst zu transformieren. Das will sagen, es geht über das Sprechen und Denken und Urteilen hinaus. Die Erkenntnis ist letztlich erst bei sich selbst, wenn sie uns als Menschen verändert hat. Und sich dem Guten anverwandeln. Gemeint ist nicht die rein abstrakte Erkenntnis des Guten, sondern eine Erkenntnis, die sich entscheidet und das Gute will. Das heißt, eine innere Beschaffenheit, in der Denken, Wille und Begehren eins sind. Als langsame und schwierige Erziehung des eigenen Charakters, die sich nur selbst leisten können. Das nennt Pierre-Adeau eine innere Transformation des Menschen. Und ich will nochmal betonen, dass Erkenntnis hier durch existenzielle Transformation vonstatten geht. Und der letzte Schritt, wer das Gute erkennt, indem sie oder er selbst gut wird, kann diese Erkenntnis im vollen Sinn nur so weitergeben, an andere Menschen, zum Beispiel an Schülerinnen, dass sie oder er andere gut macht. Und diese wieder andere, schreibt Platon selbst, und diese wieder andere gut machen und die wieder andere. Damit schließt sich der Kreis zur Erfahrung. Wie fühlt es sich an, gerecht oder ungerecht behandelt zu werden? Wie es sich anfühlt, bedingungslos, unterstützt, anerkannt oder geliebt zu werden? Das ist Teil dieser Praxis, zu der wir dann in diesem fünften Schritt in der Lage sind, wenn wir uns innerlich dem Guten geöffnet haben, der Wahrheit geöffnet haben, was Platon hier mit innerer Transformation, was man so beschreiben könnte. Dann kommen wir schon zur Take-Home-Message. Platon würde uns Folgendes raten. Ich habe so viele Kriegszeiten, politische Terror und Korruption erlebt, dass ich gern Philosophenkönige hätte, auch wenn das naiv klingt. Deren Orientierung am Guten nach langer Übung und Bildung vollkommen ist. Ihr Wissen um das Gute kann dann nicht mehr getrennt werden vom wirklichen eigenen Gutsein und vom Tun des Guten. Das ist seine Vision. Missbraucht, würde Platon raten, die Politik nicht für eure eigenen Interessen und fragt in der Wissenschaft viel öfter nach dem letzten Zweck und ob er dem Guten dient. Euer Ziel sollte sein, das Gute zu erkennen, indem ihr euch dem Guten anverwandelt. Es geht nicht nur um Begriffe, sondern um eine innere Transformation, um euer eigenes Sein. Versucht, philosophieren, das Gute weiterzugeben. Und nicht nur als Begriff, sondern indem ihr andere gut macht, die wieder andere gut machen und so weiter. Was heißt, sich dem Guten anverwandeln, sich der Wahrheit zu öffnen? Ich habe euch eine Frage an Platon präsentiert und ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy. Bis zum nächsten Mal.